willkommen beim roger willkommen bei den ash creek studios heute mit dem thema youtuber werden ganz interessant weil ich spreche auch ein bisschen von mir in dem moment und gebe euch hier mal so hinweise und tipps und tricks und natürlich auch so ein bisschen den erfahrungsbericht was ist denn vielleicht mir so passiert womit hatte ich zu kämpfen und aus diesem grunde habe ich mal das video gedreht und da werden ganz sicher noch andere folgen so nummer eins vielleicht die echt positive botschaft an der stelle du kannst echt mit 0 euro investment anfangen denn jedes normale und herkömmliche handy heutzutage hat eine ziemlich gute kamera und b die möglichkeit genügend speicherplatz in video dateien sind relativ groß zu reservieren dann müsst ihr euch aber über eines klar sein ihr habt jetzt mehrere berufe zu erledigen ihr müsst beispielsweise der moderator sein das was ich jetzt gerade machen ihr müsst kameramann sein nur ihm ist das ja alles irgendwie einstellen und zu einem bild verarbeiten ihr müsst der ton techniker sein also bei mir ist das mikrofon hier als overhead mikrofon ausgelegt beispielsweise kommen wir sicherlich noch drauf du musst ein cutter sein muss ja auch seine filme dann bearbeiten und schneiden du musst designer sein für dein logo oder auch für deine thumbnails du musst licht techniker sein denn du willst dich ja irgendwo eine gewisse position rücken damit du auch relativ gut sichtbar bist und irgendwie musst du auch noch texter sein denn du brauchst in aller regel ein skript so dieses skript habe ich auch und deshalb blinzele ich vielleicht ab und zumal zur linken seite das ist nicht unhöflich das ist für mich einfach mal zur orientierung da und normalerweise redet man ja immer in richtung der kamera so dann ganz ganz wichtige botschaft noch an der stelle alles braucht jetzt zeit das sind ja ganz ungewöhnliche dinge die er jetzt tut also einmal vielleicht mit blick in die kamera und dann noch zu reden und dann zu moderieren und dann wie gesagt licht und tontechnik und alles was dazu gehört erst mal zu sortieren da kann man sich nur wirklich stück für stück und relativ langsam ran tasten so deswegen braucht ihr eine menge geduld und eine menge zeit denn meister ist ja auch noch nicht vom müde gefallen jemals altes sprichwort habe ich das persönlich ja auch noch nicht erlebt sondern im gegenteil je öfter man dinge tut die öfter man dinge wiederholt desto professioneller werden sie ganz einfach das ist eine entwicklung das war bei mir so und das wird bei euch dann auch so sein und eines hätte ich auch noch auf dem herzen und das ist seit geduldig und beharrlich denn es dauert eine ganze weile bis tatsächlich dann sozusagen die ersten abos mal rein purzeln kommen natürlich auch darauf an was ihr für themen wählt ja ich bin vielleicht eher eine nische weil bei mir ist ja studiotechnik audiotechnik solche sachen musik natürlich ich bin da zu hause wenn es jetzt ein kanal ist beispielsweise kochen finanzen gesundheit das geht ja jeden irgendwie an und deswegen werden diese kanäle sicherlich etwas schneller wachsen als meiner mit meiner nische aber es macht mir halt einen riesen spaß nach wie vorher in dieser nische zu arbeiten und auch in dieser nische so langsam seinen platz zu finden und halt eben das auch immer weiter auszubauen so und deswegen ist es mir auch eingefallen einfach mal ein paar videos stück für stück nicht immer die streue ich mal so zwischendurch ein über youtube zu drehen und wie gesagt so ein paar tipps und tricks einfach mit zu geben meine erfahrungsberichte mit zu geben bevor jetzt aber an der stelle weiter rede ich habe schon mal einen teil gedreht gehabt guckt euch den ruhig an der ist ziemlich interessant und zeigt euch an die so schritt für schritt für schritt für schritt wie man so ein skript erstellt oder wie man sich an einem skript entlanghangeln kann denke mal als einblick für euch so hinter den kulissen was macht man das auch eigentlich relativ interessant ihr werdet dann merken je mehr videos ihr dreht desto kontinuierlicher wird euer verbesserungsprozess sein und das wort hat es eigentlich schon in sich da ist nämlich wirklich die kontinuität gefragt noch nicht jetzt ein video drehen und dann mache ich zwei monate pause oder sowas das bringt dann an der stelle vielleicht nicht so viel sondern seht mal zu dass ihr möglicherweise ein video pro woche oder ein video in 14 tagen vielleicht drehen könnt und genau dabei werdet ihr ja immer besser das ist ja das was ich vorhin sagte übung macht dann halt den meister irgendwann ist doch ganz klar so vorhin ich hatte angefangen mit null euro invest das ist ja auch nach wie vor richtig so kann ich anfangen aber um dann irgendwann eine super qualität reinzukriegen was jetzt bild heißt was ton heißt was belichtung heißt und so weiter irgendwann muss ich dann doch mal ein bisschen in die tasche greifen und irgendwann kommt dann der punkt wenn ich sage okay jetzt ist es aber zeit mein equipment mal abzudaten und da muss ich mir relativ sicher sein in meinen entscheidungen was will ich denn eigentlich und da geht es ja weit gefächert eigentlich schon auseinander der eine sagt meinetwegen okay ich bin eher nur der moderator habe mein mikrofon und das reicht mir ja also von dem handy dann weg und zum externe mikrofon rüber und das dann vielleicht möglicherweise über usb gibt es ja heutzutage usb mikrofone und das reicht einem schon ein anderer sagt nö ich möchte ganz gerne in den audio interface haben und bei diesem audio interface möchte ich halt eben dann halt eben ein mikrofon einstecken können also xlr wäre dann das an der stelle und möglicherweise noch einen zweiten anschlussplatz für mikrofon weil ich bekomme ja mal einen gast also doch da geht es schon los entscheidungen zu finden und der markt der ist riesig riesig groß darf ich euch sagen also die qual der wahl hat man dann schon wenn man sich in richtung audio interfaces oder auch usb mikrofone wagt dann brauche ich vielleicht doch mal einen kopfhörer um halt eben vernünftig abhören zu können auch da gibt es ja die möglichkeit beim usb mikrofon entsprechend abzuhören oder halt eben auch bei den audio interface ist ja ganz klar weiter geht es dann aber auch mit den schnittprogrammen was brauche ich denn da weil ich habe vielleicht keine lust mehr auf dem handy ganz herkömmliches handy mir die finger wund zu wischen sondern ich möchte es wirklich am pc machen oder am mac oder was auch immer und da brauche ich natürlich ein entsprechendes schnittprogramm und doch da ich habe das in dem anderen video auch schon mal gesagt ist die lerngrube dann relativ hoch all das ist ja neu ich darf noch mal wiederholen du bist dann dein eigener moderator du bist dein eigener kameramann du bist dein eigener tun techniker dein eigener cutter also ein filmschneider du bist dein eigener designer ja lichttechniker und texte also diese ganzen berufe in einer einzigen person dann zu verkörpern das ist dann schon relativ schwierig warum gebe ich euch die ganzen botschaften mit war ja für mich auch nicht einfach jetzt am anfang sie mich überall rein zu wuseln und rein zu wussten wussten vielleicht eine auto technik etwas weniger weil da kenne ich mich relativ gut aus bin da bewandert und auch zu hause aber was jetzt auswahl beispielsweise der richtigen kamera betrifft oder auswahl von schnittprogrammen oder solchen sachen da hatte ich ja hatte ja gar keine ahnung und muss mich auch so langsam aber sicher dann mal ran tasten so noch mal das thema ihr müsst wenn ihr ein youtube kanal bauen wollt euren eigenen aufbauen wollt ihr braucht wirklich geduld und es kann auch passieren produziert seine videos und möglicherweise sind die video schon relativ gut aber du bekommst einfach keine oder nur kaum abonnenten da brauchst du einfach deine geduld da brauchst du einfach deine beharrlichkeit mach weiter lass dich da nicht runter ziehen ich hatte die phase auch mal gehabt aber ja wofür macht den ganzen mist eigentlich bei mir geht es ja auch um wissen weitergeben warum strenge ich mich der überhaupt an ich habe das so gar nicht nötig brauche ich nicht aber irgendwann wie es mal so ist man halt so in den eigenen und inneren schweinehund und der hat gesagt nö und jetzt machst du erst recht weiter so und jetzt blicke ich knapp auf 1500 abonnenten zurück das ist natürlich auch noch nicht so viel aber ich beobachte auch dass es offensichtlich den menschen gefällt was ich tue und die abo zahlen kommen so langsam immer mehr nach oben also der zyklus wird zunehmend schneller das kann ich ganz gut beobachten ja und da freue ich mich natürlich sehr also fassen wir kurz zusammen wenn du tatsächlich den wunsch hast youtuber zu werden du musst fleißig sein du musst beständig sein du musst am thema dran bleiben du musst dir gute themen oder ein gutes thema aussuchen für deinen kanal du musst eine sehr große lernkurve durchleben du musst sachen kennenlernen von denen vorher noch keine ahnung hattest das ist alles ein langwieriger prozess ja und auch bei mir ich blicke jetzt vielleicht auf drei jahre zurück 1500 abonnenten ist nicht so viel aber ich bin auf jeden einzelnen richtig stolz und das andere ist was kommt denn noch alles und es gibt so langsamen themen wo ich sage mensch die machen mir spaß darüber zu reden oder du findest themen viel viel einfacher als früher wurde sagt mensch guck mal mit offenen augen sozusagen durch die welt geht ach das ist ein thema für mich letztens ja auch das thema mischpulte von mackie und das war auch sehr spannend da hat die firma mackie mich ja angeschrieben hat ob ich das mischpulte man testen wollte solche sachen kommen jetzt dann so langsam auf mich zu und das freut mich dann an der stelle schon sehr so das nächste mal reden wir mal über mein equipment das war auch ein wunsch von kurt die größe gehen an der stelle natürlich raus an dich und danke auch für den input machen war und dann schauen wir mal was ich jetzt beispielsweise für eine kamera benutze wie meine verkabelung hier so aussieht was ich für ein audio interface verwende und 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 also gibt es einiges über das ich hier reden kann und zwar offen reden kann ich aber eigentum mache hier für keinen irgendwelche werbung an der stelle ich hoffe das video hat euch gefallen dann lasst mir doch bitte einen daumen nach oben da ansonsten gerne immer die kommentare benutzen ich reagiere da relativ schnell und zügig drauf ihr habt sicherlich auch wünsche und anregungen und fragen lasst sie dann bitte in den kommentaren da dafür sind ja die kommentare da und wenn euch das wirklich angeregt hat dieses video zum weitermachen oder ihr habt gesagt man finde gut was der roger da so erzählt dann lasst mir doch bitte ein abo da ich danke euch vielmals fürs zusehen für die zeit und ebenso wünsche ich euch eine schöne schöne zeit bleibt mir vor allen dingen gesund das ist das allerwichtigste nach wie vor bis dahin und ganz bald der roger von den erschwick studios und ahoi ciao macht's gut